Ach, bin ich schon dran? Ja, hallo! Ja, es beschäftigt mich da ein Wort. Das heißt Diskrepanz. Das heißt so irgendwie übersetzt, glaube ich, Nicht-Übereinstimmung schräger Uneinigkeit. Ja, aber wie heißt dieses Wort rückwärts? Strefkürr! Genau überlegen. Diskrepanz. Ich mach's heute nicht mit Speed. Ich mach's heute mal mit Knallgas. Das ist auch ganz schön schnell. Diskrepanz. Snap-Excel! Jetzt ist Licht aus. Ja, dann macht's mal gut. Schlaft gut. Tschüss! 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 Tschüss!